So, willkommen zu unserem Let's Play Together, Frozen Bubble. Zwei Player, ich gegen mich. Ja, Namen, ne, unwichtig. Erstmal Knöpfe einstellen. Wir spielen, wer als S10 Punkte hat, gewinnt. Ja. So, falls ihr Frozen Bubbles nicht kennt, Link steht in der Beschreibung zum Download. Also, es geht ja darum, dass man mit den Blasen so drei gleiche aneinanderkriegt, um die zu verplatzen. Und wer als erstes den Spielfeldrand unten betreten, hat verloren. Ich bin der linke Spieler. Und ich der rechte. Irgendwie logisch. Ach, wart. Behindert, doch. So. Ach, Mann. Toll, jetzt verkack ich heute, ey. Wollen wir mal hoffen. Ich glaub's aber nicht. Ich seh immer verloren ab. Ja, toll, aber ich krieg nicht die passenden Dinger grad. Das find ich ziemlich scheiße. Ja, Mann. Ich verarschen, du Sack. Nö, es ist mein voller Ernst. Das ist mein voller Ernst. Das ist mein Vosel. Das ist mein Vosel. Das ist mein Vosel. Nein. Immerhart, Alter. Was ist das denn? Hast du das gesehen, Alter? Nein! Was war das? Megahart. Eberhart, Alter. Aber sowas von? Oh, jetzt verliere ich schon wieder, oder was? Also irgendwann wird's langweilig. Ja, geht, ne? Warum kriege ich keinen Schwarzen, wenn ich einen brauche, ey? Schwarze sind immer sehr launig. Oh, Wut. Hast du den eben noch gesehen, ey? Den... Alter. Das macht mir jetzt schon wieder keinen Spaß hier, ey. Oh. Ich hab schon wieder so verschissen. Die ersten drei Kugeln, ey. Puh. Apu, Alter. Ja. Scheiße. Oh, Mann. Oh, ja. Jetzt könnte man noch was werden. Glaube ich. Ja, wird auch, denke ich, bei dir was. Ich bin grad mega schlecht. Das freut mich zu hören. Mich nicht. So. Nein, dumm. Haha. Wir müssen eigentlich mal was sagen, ne? Oh, jetzt gewinnst du doch noch. Überhaupt nicht. Natürlich. Wollen wir wetten? Wie immer. So ein Sack. Klar! Ja, 3 zu 0, ne? Ist das hier Standard und so, ne? Ich... Ich bin immer. Was ist das bitte für eine Challenge, wenn du sowieso gewinnst? Ist ja nicht mehr schön. Du kriegst doch immer die richtigen Steine! Was? Es ist Bubbles. Das stimmt. Wie unnötig. Was? Ich habe mich verloren. Alles versaut gerade. Oh, das war's. Das war auch gut. Das war's. Meine Hand tut schon so weh, Alter. Echt? Was willst du? Ich spiele jetzt mit dem linken. Und dann krieg ich den da rein? Ja. Bam! Boah ey, geil. Ja! 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 Du willst schnell mit links! Mäh! Du bist auch nicht Sender! Oh, lächerlich! Nö! Boah! Jetzt brauch ich mal einen verfickten Roten, ey! Ja! Wie behindert dumm! Jetzt wirst du das Komplack des Jahres, Alter! Ja! Wow! Komm schon! Nein! Verkackt! Oh nein! Scheiße! Komm schon! Verkackt so übel jetzt! Nee! Oh, ich hätte einen weißen gebraucht! Ich hätte dich geowned! Das war mega! Ja! Das kann's haben, ne! Warum hast du jetzt schon wieder was weggeräumt? Weil ich den grün bekommen hab! Oh, du Lacker! Scheiße! Ich bin eifer kackt, ey! Boah! Ja! ja alter das sind noch nicht belohnt so eine Überschüssel das Leben ist dumm das ist echt dumm, dass das Leben ungerecht ist jetzt gewinnst du glaube ich wäre doch schön immer Abwechslung ich brauche einen weißen, denn bist du so tot, ey Scheiße, jetzt habe ich auch einen weißen, ey toll, so heftig war es doch nicht nee, ich wollte eigentlich auch da oben reinschießen Scheiße Scheiße ich habe den Roten verkackt jetzt gewinnst du wieder wenn jetzt einer dazu kommt, dann habe ich verloren ja, ich auch ja, Mann, ey Lila ist geiler als Grün ja 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 ja